Ich bin vor einigen Tagen mit der Serie Locism fertig geworden, die schon länger auf Netflix kursiert und auch schon ihre Runde gemacht hat. Und Leute, schaut es sie euch auf jeden Fall an. Mit den acht Folgen der ersten Staffel hat man die innerhalb von drei bis dreieinhalb Stunden, je nachdem wie schnell man ist, wie die Pause war, noch schnell durchgesehen. In der Serie geht es um einen Jungen, der permanent in der Schule gemobbt wird und immer als Dreck behandelt wird. Und eines Tages wacht er auf in einem anderen Körper und er ist dann totaler Schönling und wirklich total begehrt. Und die Geschichte, die Verzwickung komplett in dem ganzen Anime ist wirklich so cool, macht so viel Spaß. Mich hat er wahnsinnig gut unterhalten, kann ich wirklich jedem ans Herz legen, vor allem weil man den wirklich sehr einfach und sehr leicht schauen kann. Und ja, nicht irgendwie sich dabei großartig anstrengen muss, sondern es macht einfach nur Spaß. Von mir eine 8 von 10. Von mir eine 8 von 10.